Dortmund, da gibt es ein wildes Gerücht gestreut von der Sun. Und die schreiben, dass es im Winter ein Tauschgeschäft Cater Bellingham geben könnte. Das ist not true. Da muss ich die lieben Kollegen von der Sun ein bisschen korrigieren. Also das ist kein Gedankenspiel im Moment, wie gesagt. Es liegt zum einen, die Vereine haben noch gar nicht gesprochen in dieser Sache. Und zum anderen Cater, der einfach nicht im Winter wechseln möchte. Er möchte die Rückrunde noch bei Liverpool spielen. Also kein Thema im Moment.